so da sind wir wieder und er hat unser Belohnungslag was öffnen m m was hat denn der Herr hier aber was ich mal gucken wollte das hatte ich doch gemacht hat er das immer nicht gespeichert das ist ja strange dann speichere ich lieber nochmal schnell aber ist doch eigentlich naja gut da war es bisschen komisch aber ey ich bin scheiße ich hab's doch schon gemacht was war denn der Herr für uns hier in einem Gefängnis in einem Gefängnis wot Dann reg dich doch mal ab. Baraasch. Wie zum Fick. Ist der Typ abgehauen. Wenn meine Tür offen. Ja. Ein Fick. Ist der abgehauen. Schnellereisen ist nicht möglich. Alles klar. Muss ich mal wieder hinlaufen oder was? Nice. Warum ist es eigentlich so viel Hintertüren? Oder Hinterausgänge? Oh, angeblich bewacht den Typen auch keiner. Schau. Ist ja nicht so wichtig. Ist ja nicht so wichtig. Schau dich. Ja, die ist zum Glück nur auf Mitte. Also nicht allzu schwer theoretisch. Nichts zu sehen. Was willst du hier, ne? Ich geh dann auch nur auf die Nerven. Mehr machen die auch nicht. Nee. Da hoch. Erstmal das Schwein anrampeln. Warte mal. Ich geh mich nicht mehr lang. Ach 700 Meter. Ja. 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 Ich geh nur nicht mehr anrutscht. Order nicht. Und wir sagen uns ist ähm, okay, alle sind dann ja mal Moritz. ja freunde der nacht ich komme irgendwie falsch da komm ich nicht lang, ich muss komplett in die andere Richtung um da auch zu kampen kein problem alles easy mich erlangt nicht ja, müsste ich da es wahrscheinlich auch irgendwie eine schnellere Methode gäbe durch Greifwagen ja, wobei ja 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 Müsste einer sein, oder? Ja. Komm ich über den Weg? Ne, was haben wir denn hier wieder? Wahrscheinlich. Ja. Helfen wir den Leuten doch mal. Hä? Hm. Nein. Muss ich wohl extra absteigen. So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Oh. Es ist mir immer der Lage. Immer der Lage. So. Fuck. Fuck. Hm, hm, hm. Na, aber spannend was sie hier gebaut haben in dem Gebiet. Das ist, hundertprozentig mal. Ja, willkommen. Ja. Ja. Das hört sich doch schon mal super an. Wir werden hier wohl retten. Warum aber? scheinbar muss ich ihn jetzt retten, dann muss ich meine eigene Leute töten der lootet ja schon halt ich kann ihm das passen jetzt hä? das ist jetzt ein witz fahrer oder? komm 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 ne das ist zum beispiel wieso ich da hinkomme das hab ich nie muss ich ihn nochmal machen oder? naja ich glaub ich geh das falsch an glaub ich hab ne ahnung wie das eigentlich gemeint ist da ist das letzte das fast es ist mindset da 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 tam 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 man Jetzt facken die wahrscheinlich gleich alle. Du, dann, selwe, ta? Quai war ha? Winjai da Balam. Sa Krauhadan da Winjai, daish Quatti Balhasa. Da, Mari, quaidashwadam Mari. Saja shwadam, Guaifa. Was hast du hier aufeinander? Ich bin ja gerade der Anführer. Oder weniger. Gut. Gut. Damit. Wenn der Pod auch erledigt. Genau. Wir machen noch was, ey. Gucken, was er uns zu sagen hat. Ja. Und. Nordtouren. Mhm. Und was wird's zu uns jetzt hier irgendwie sagen? Boah, steh ich nicht. Boah, steh ich nicht. Boah, steh ich nicht. Ach so, errichte das Hütter. Na gut. Ähm. Ich mach's mal Handwerk gucken. Es ist immer noch das gleiche hier mit der scheiß Mammutaut. Ähm. Hm 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 hm. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Hm. Das ist auch nicht. Brauch ich auch nicht. Ähm. Genau, Dorf. Da brauche ich Nordton. Nordton? Das ist auch nicht so. Ähm. Aber irgendwo da, so. Keine Ahnung. Vor allem meins hier. Ich sollte mal zu Tenzi gehen. hat nur das Führte müssen können über das der Zubehörer da oben vor Ort so gettet werden das ist mein plan das war vor allem zu schieden das war Wienzert die Palti geist das habe ich doch schon hier ist klar mannach wenn du weißt werden ich werde mal gucken städte mir fehlt aber das machen wir noch ein bisschen schnell reise nicht möglich was ist denn das angebliche schnell reise das verbagte das ist gerade irgendwie schlechter witz oder ja dann ist die frage was machen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht alles wird gut ich nicht verstehen eigentlich wenn ich im Dorf bin geht das dann nicht kommst du? hallo was kommt denn zu denn hin? ja dann helfen wir jetzt noch den Venja hier reiht noch ein stückel dahin und weg weg schalalalalala Ich glaub die haben's aufgegeben. Aber warum waren die denn denn jetzt? Wir waren hier Arschen. Ich dachte hier sein. Kommt. Guck mal, ist der Nord? Nee, das ist... Der ist kein Nord-Ton. Das ist Hüchstein. Uh. Das ist doch mal nice. Ich könnte ja... hierüber reingehen. Oder lieber erst den Vorpass. Ich glaub ihr kommt das in den ersten Vorposten machen. Weil dann... haben wir nicht die Gefahr, dass die auch noch von vorne kommen. Also dann noch mehr von vorne. Kann man die erstmal ausschalten. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Haut rein! Das war's. Das war's. Das war's.